Es ist der 26.8. Ich glaube doch, wir drehen das 104.Fuß Video. Und ich bin jetzt hier schon eine ganze Weile in meiner Wohnung, habe keine Schiene um die ganze Zeit über und so sieht das jetzt aus. Die Abdrücke von der Schiene sind schon weg. Es ist einigermaßen glatt, das Ganze. Hier, das ist immer noch so eine glatte Partie. So sieht man das, glaube ich, ganz gut. Es kribbelt hier. Es gibt mir so ein bisschen Hoffnung, dass das Ganze in Heilung ist und ich werde mal schön brav weiter die Schiene tragen. Das Ganze soll angeblich bis neun Monate dauern. Na gut. Ja, so sieht das heute aus. Macht's gut. Bis morgen. Ja, so sieht das heute aus. 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 Ja, so sieht das heute aus.